Einmal im Jahr kommen die Landesflüchtlingsräte zu einer Konferenz zusammen. Tagungsort ist diesmal Hannover. Unter anderem wird es bei der Konferenz um die Unterbringung von Flüchtlingen gehen. Mehr dazu von David Dischinger. Das Jahr 2013 hat begonnen. Für Flüchtlinge und Asylanten macht dies wohl kaum einen Unterschied. Viele müssen weiterhin auf Aufnahme, Integration und Unterbringung warten. Auf der diesjährigen Konferenz der Landesflüchtlingsräte in Hannover vom 10. bis 11. Januar ging es um Fragen des Umgangs der Bundesländer mit verschiedenen flüchtlingspolitischen Fragestellungen. Wir haben zum einen gesprochen über den Umgang mit Roma-Flüchtlingen. Wir sind hier der Meinung, dass Niedersachsen dem Beispiel anderer Bundesländer folgen sollte, einen Winterabschiebungsstopp zu verhängen. Menschen, die in Baracken ohne Strom und Wasser außerhalb der Großstädte ohne Anbindung auch an Verkehr überleben müssen, die sind in struktureller Gefahr, namentlich die Alten oder die Kinder. Und wir wollen erreichen, dass diese Menschen jedenfalls in dieser Jahreszeit nicht abgeschoben werden. Dem Flüchtlingsrat Niedersachsen ist klar, dass sich zum Vorjahr noch einiges ändern muss. Bei der Landesflüchtlingskonferenz wurde über solche Veränderungen diskutiert und auch Forderungen an die Politik gestellt. Wir fordern einen grundlegenden Umgang von Menschen, die hier um Schutz und Asyl nachsuchen. Wir wollen, dass sie vom ersten Tag an Perspektiven der Teilhabe des Spracherwerbs und der Partizipation in Deutschland erhalten. Dass viele Parteien hinsichtlich der Landtagswahlen die Flüchtlingspolitik vermehrt in ihren Wahlprogrammen haben, erfreut natürlich den Flüchtlingsrat. Hoffnung also für die vielen Asylsuchenden und Flüchtlinge. Weil man mittlerweile dazu überbekannt ist, der Unterschied zwischen den Bürgerkriegspflichten...